Ich denke, viele von euch kennen das Problem, dass man nie genug Platz für Schuhe hat. Wir selbst sind eine fünfköpfige Familie und haben dementsprechend viele Gummistiefel, Halbschuh im Sommer noch Sandalen, Hausschuhe und da ist es dann wirklich schwierig, ausreichend Platz dafür zu finden. Deshalb ist das Venco Teleskop Regal eine riesen Hilfe und Unterstützung, denn es bietet viel Stauraum auf kleinstem Platz. Es hat einen Durchmesser von 30 cm, ist in der Höhe verstellbar und hat Platz für sechs Paar Stiefel und ganze 30 Paar Schuhe. Das ist echt so mega cool und ja, wie gesagt, ihr könnt es in der Höhe verstellen. Es bietet dann einfach mehr Ordnung im Treppenhaus, im Hauswirtschaftsraum, im Flur, in der Ankleide, wo auch immer ihr es stehen haben möchtet und es lässt sich auch im Handumdrehen aufbauen. Ihr braucht dafür nicht mal Werkzeug, das geht wirklich ganz schnell und einfach. Für hohe Stiefeln und Stiefeletten ist in der untersten Etage Platz und alle anderen Schuhe, Halbschuh, Sandalen, Hausschuhe finden dann Platz da drüber und Kinder können das wirklich ganz leicht abnehmen oder die Schuhe wieder ranstecken und wenn sie an hintere Schuhe rankommen möchten, können sie die einzelnen Etagen einfach drehen.